So, ich starte mal ne Aufnahme, ne? Vielleicht wird das ja was hier. Mach das. Mach ich. Hab ich schon. So, und herzlich willkommen zu einem neuen Display-Found. Da, bock. Da musst du wohl noch ein bisschen deutlicher reden und lauter. Warte, lauter kriege ich selber hin, aber deutlicher musst du selber machen. Das ist dein Gaming-Channel, nicht meiner. Achso, jetzt muss ich auch noch für meine Videos meine eigene Anmod machen, oder was? Natürlich. Alles klar. So, da bin ich wieder. WB. Oh je, ein Cocky. Ja, ich dachte mir so, ich hab keine Erfahrung auf Cockma, ich spiel Cockma, hab ich Bock drauf. Ja, je, je, der Link ist real, ne? Ja, auf jeden. Ich bin im Moment selber 1, also das dauert ein bisschen, bis ich Bronze 3 bin. Nee, aber ich. Achso, ja. Ich bin auch nochmal eben pink, wenn wisst ihr euch. Moin Leute, heute gibt's nochmal eine Runde League of Legends, äh, das rankt, oder? Ja, eine Runde rankt mit Dave, der als Blitzcrank-Supporter hier spielt. Erstmal den Dingens hier wegmachen, den Voice-Chat. Und dann, äh, bin ich mal gespannt. Was skille ich denn als erstes mit Cockma? Gute Frage in diesem Fall. Ich hab keine Ahnung von Cockma. Äh, ich auch nicht. Normalerweise sind mir auch mit Cockma eine Lüge mit, aber... Ach, egal, das passt schon. Äh, ich nehm, glaub ich, das Q, da krieg ich Attack-Speed. So lange du das Last-Hitnehmen hinkriegst und farben kannst du alles in Ordnung. Weißt du, was richtig geil ist? Rage-Blade? Ne, meine Cam ist eingefroren. Musst du so, ob wir erst einmal neu starten. Wenn's gar nicht geht, musst du die Aufnahme, äh, einmal abbrechen, neu starten. Und du machst die Anmoderation wieder extra. Ne, geht. Hab's wieder eingekriegt. Okay. Oh, da ist ja schon Farm auf der Lane. Das kann ja was werden, ja. So, was skille ich jetzt? Ich skimme einfach mein E. Das passt schon irgendwie. Oh, sauber. Schade. Das war aber gar nicht so schlecht. Ey. Schleckt jemand anders ab. Schleck, Mann. Ich müde mich mal. Okay. Wie lange hast du noch Cooldown? Moment. Ah, okay. Das könnte reichen für den Großen, wenn die noch ein bisschen pushen. Ah, reicht aber glaube ich nicht. Hast du gesehen? Hier sind zwei drinnen, ne? Sauber. Tom Cache, ist alles in Ordnung bei dir? Nein! Oh, ich hab mal hier nicht mehr rausgekriegt. Fuck! Das war richtig dumm, könnte man sagen. Ich hatte alles ab. Flash. Heal. Ich mach einfach gar nichts. Ich hab so richtig geschlafen. Aber war ein guter Grab von dir. Also für diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen haben, Dave hört mich, ist aber selber gerade gemutet, weil sein Sohn noch im Hintergrund rumspringt. Alter, ich komm da nicht hinterher und jetzt gibt's Rengar auch noch hier. Komm schon, stirb. Alles gut. Alter, hast du das auch, dass zwischendurch bei dir die Pings zu heilen? Ja. Aber nicht immer, das ist total komisch irgendwie. Aber trotzdem ätzend. Achtung, er schlägt gleich wieder. Ich hoffe doch. Ja, Tom Caches Geräusche sind auch echt männlich. Ich bin auch falsch verstehen. Jo, man kann auch mal eben pingen oder so. Boah, sauberer Grab. Boah, sauberer Grab. Das war schön gemacht. Ja, danke. Oh, leu. Darauf erstmal den Lasted verkacken. 1.000 verfahren hat Gold. 1.000 verfahren hat Gold. 7.5. Also 7.50. Äh, Sion hat Ult raus. Das Toplane halt, ne? Oh, Rengar. Noch Tom Cache. Ah, gut. Ich bin RIP. Love. Ähm, das haben Kench hinter uns geultet mit dem Rengar zusammen oder was? Weil ich habe weder seine Ulti noch irgendeinen TP gesehen. Und vielleicht habe ich einfach nur gepennt. Ne, ich habe nicht gepennt. Oh, du hältst aber ganz gut gegen da. Ich muss aber eigentlich mal basen. Ja, dann mach doch. Du warst gerade Bot-Side-Jungle. Oh, schade. Hätte ich gerne gehabt. Er hat keine Rüstung, ne? Ah, schade. Du hast überlebt, ne? Ja, gut. Bin ich. Gerade so. Ich habe noch ein E-Port aufgehoben, die ganze Zeit. Hast du noch einen großen großen? Ja, würde ich haben. So, aber. Ich glaube, ich habe 1.6. Ich habe 1.6. Ja, ich stimme noch eine Wave mit, dann gehe ich auch nochmal base. Da kommt noch jemand. Ah, ne, kommt doch keiner. Alter, 500 Gold? Hat die die Blutrausch? Na, da habe ich nicht geachtet. Ich glaube schon. Ich habe aber Kopfgeld auf ihr. Kopfgeld, Kopfgeld. Ja. Es ist schon, äh, ordentlich gewesen. 500 Gold kann man haben. Und die Wort gestellt. Ja. Hm. Ich gehe mal mit. Ich komme mit. Kam hat sein Dings raus. Eine Old. Ja. Piu, 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 Piu. Sehst du das? Bei geht irgendwie von hinten da ran. Wurde auch nicht. Da habe ich geschlafen. Alles gut. Ringo Old. Ja. Ich konnte irgendwie nicht weglaufen, Mann. Ich war gerade in Versuchung auf Yard zu drücken. Ich bin gerade total einfach so, uh, 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 uh. Du hast die Kelly noch geklickt in deinen Pässe. Äh, das habe ich mitgekriegt. Bitte. Also, auch nur, weil sie da drei Sekunden lang neben dem Sion rum stand. Sonst hätte ich es nicht gecheckt. Irgendwie, ich bin nicht so hundertprozentig konzentriert gerade. Na, ich komme auf jeden Fall nochmal in Mitte. Sion. Lol. Mit Volldampf gegen die Wand. Oh. Das ist Tom Kench. Vengo fehlt immer noch. Ja, solange ich hier bei meinem Team bin, ist das eigentlich alles in Ordnung. So, nicht so nah an mich ran, bitte. Vierdauf-Smite-Ready. Vengo wird abgelenkt. Vengo wird abgelenkt. Wir müssen gucken, wir haben halt da jetzt ein, oh mein Gott. das hat nicht mehr gereicht für die Kale, da sind dann auch wieder alle auf mir draufstehen Schade, trotzdem noch einen schönen Kale weggesnackt Also ich bin nicht so wirklich überzeugt von diesem Game Monster Ich bin jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt Hast du ja auch schon probiert oder was? Achso, ich dachte du gehst vom Game Nein, ich rede von diesem gelben Monster Energy, den ich hier habe Nee, gelber ist eklig Du kannst als absoluten Spülungsreinigungsmittel nehmen Okay, so schlimm finde ich ihn dann auch nicht, aber er ist schon einer der Schlechteren, könnte man sagen Wir müssen eine Tower jetzt eigentlich nehmen Das ist sauber Aftershock Was war das? Das war gerade richtig merkwürdig, man Er springt und ich wollte in dem Moment flashen, aber es ist einfach gar nichts passiert Ich stand da einfach nur rum Und bin gestorben Mein Aftershock hat ihn gekillt, lustigerweise Aber er hat mich halt auch noch getötet, leider Naja Bei mir Bei dir? Wart ihr bei dir? Ja Ich werde mal einträgen, das ist tot Boah, schöne Wand Da komme ich leider nicht hinterher So lässt sich doch richtig entspannt Goldfarben hier Einfach Outfit AFK Hallo Ich bin gerade am Topline verteidigen Da waren gerade drei Waves Oh, Alter Der Cock mal ist boosted Ich bin der Cock mal, du Knecht Äh, nicht der Cock mal, da Guck mal nicht Rango versucht Mitte zu pushen Ja Solange es noch versucht Und es nicht hinbekommt, schade Die Kay geht mir auch ziemlich auf die Eier Ich kann nichts machen, sorry Ich kann da leider auch nicht so viel machen, wie ich gerne wollen würde So, nicht in den MF reinlaufen Sauber Den kriegt ihr Oder auch nicht Nehmt sonst die Midlane mit Pusht einfach Kann alleine nicht viel machen Oh, fuck, der rennt das bei mir Wo bist du? Aha, Botline, ich bin tot Ist halt ein SSM, ne? Oh, Leute, Alter Er springt nochmal in meine Pälse frei Was geht da ab? Sauber Alter, da habe ich kein Assist für gekriegt Meine Ulti ist da eingeschlagen Da kann ich halt einfach drinnen stehen und schreddern, ne? Das ist halt richtig geil gewesen gerade Ich habe einfach nur rechts klickt Und gewartet Und die Gegner sind alle umgefallen Äh Pass auf, du stirbst, wenn du hier bleibst, ne? Ich wollte gerade sagen Willst du mich jetzt töten oder was? Ich wollte gerade gucken, ob ein Knuspel da ist Good job Oh, ich komme nicht weg, Alter Ich war so hart geslowt, ey Keine Chance, da ist der Rengar Bei, hilft ihm doch Okay Dann, Lauf Schönes Ding Das ist gut Uh, ich würde den Rap Geht's schon in den Rechtsblick, guck mal? Das kannst du ja kein erzählen, Alter Hast du das gesehen? Ich bin gleich weggekommen mit zwei HP Hast du gesehen, was ich gerade gemacht habe? Ne, habe ich mich nicht erwartet, um echt zu sehen Oh, so witzig, Alter Ich habe mich einfach in den Jungle gestellt und rechts klickt gedrückt Hat doch was An Ibi, aus, skill, ja, auf jeden Okay, da kann ich nichts machen Dumm von mir, dass ich überhaupt noch da bin, Alter Oh, geht bitte zurück, da Oh, warte, ich komme zu dir, ich komme zu dir Von oben Rengar habe ich noch Sauber, jetzt weg da Ich bin der Kite-Gott Das ist so asozial Ich muss nicht mal sidesteppen Ich kann einfach Rechtsklick auf die Gegner machen Und die sterben schade der macht zu viel burst gut game will play 15 kills aber auch zehn tode ja das soll so noch wieder gewesen sein für dieses video wenn euch das video gefallen hat das mir gerne positive wertung da schreibt mir kommentar und bis zum nächsten mal